Mein Name ist Thomas Mika, ich bin Fachbereichsleiter Wirtschaft der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt. Jedes Unternehmen steht heute vor der Herausforderung, Energie- und Klimaziele in Übereinstimmung zu bringen mit der Wirtschaftlichkeit des eigenen Unternehmens. Wir als Fachbereich Wirtschaft möchten Sie dabei unterstützen, diese Übereinstimmung zu erreichen. Unter anderem sammeln und kommunizieren wir Energieeffizienz-Best-Practice-Beispiele und möchten Ihnen diese als Nachahmungsempfehlung anreichen.